Dann dauert es ja nicht mehr lang. Dann gibt es wieder Geschenke und dicken Braten. Oder auch nicht. Alternativ sollte ich vielleicht auch einfach nur mal die Klappe halten. Aber das passiert halt im Zuge einer geistigen Verstrahlung und jetzt habe ich hier schon wieder Nacht. Jetzt müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Aber nur so ein bisschen. Geht das noch? Das ist so eine Lieblingsfrage von meinem Chef. Sag mal, geht's noch? Fällt mir gerade so ein. Immer wenn wir wieder irgendwas verbockt haben an der Arbeit. Sag mal, geht's noch? Das mache ich jetzt aber anders. Fällt mir gerade so auf. Wir machen das ja jetzt einheitlich, das Ganze. Jetzt darf nur kein Creeper in die Nähe kommen. Das wäre doof. Also Creeper und kleine Minecraft-Spieler zeitgleich blöd. Also so wie ich jetzt hier ist das irgendwie nicht so prall, wenn man das so macht. Das war mir klar, dass da jetzt wieder ein Seed rausspringen muss. Niemand will den Seed haben und ich kriege ihn. So, auf jeden Fall wird sich der Tiki dann freuen, dass er dann in der nächsten oder übernächsten Aufnahme einfach drauf loslaufen kann, ohne dass er sich durchs Gebüsch schlagen muss. Eins, zwei, drei. Das muss reichen. Ach, kriegst du nicht hin, ich kriegst du nicht hin. Dim, 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 dim. Ich bin am Fehlen und ich freue mich drüber. Ach, ja. Jetzt fragt sich der ein oder andere, ja warum geht er denn überhaupt darunter? Das hat alles seine Bewandtnis. Das erschließt sich dann später alles. Das wird euch später wie Schuppen aus den Haaren fallen. so, ach ja, deswegen. Nicht vielleicht wegen irgendwas anderem, sondern genau deswegen. Ich kann jetzt noch nicht mal mit Bestimmtheit sagen, wie groß das Bäumchen ist, was wir jetzt hier jetzt hier abholzen müssen. Aber es ist gar nicht so groß. Dann zerklopfen wir mal mit dem Gammelfleisch das Bäumchen hier. Wir werden aber auch momentan nicht angegriffen, wie mir scheint. Ich will es aber nicht beschreien. Es ist erstaunlich ruhig dafür, dass die Nacht sich dem Ende zuneigt. Es wird zwar noch ein Weilchen dauern, aber sie wird sich dem Ende zuneigen. Holz! Das sieht gut aus. Ich sollte vielleicht zwischendurch mal was essen. Sehr gut. Was ist denn mit der Fläche los? Wenn mein CD-Player kaputt ist, macht er auch so schöne Geräusche im Hintergrund. Wobei jetzt die Jüngeren unter den Zuschauern hergehen werden und sagen, Ah, ha, 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 ey, guckt mal, der hat noch einen CD-Player. Ah, ha, ha. Ja, sowas gibt's noch. Aua, au, 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 au. Krawil! Da ist er wieder, der taub drübe Ginst am Musenheim. Womit wir diesen Klassiker der Aufnahmen auch schon wieder drin hätten. Das Krevelzeug will mich hauen. Kies, Gerüll, Steinchen. Obwohl, das ist ja wirklich ein ewiger Streit um den Namen. Oder wie man es ausspricht. Der ist ja nach wie vor gegeben, der Streit. Das nimmt ja offensichtlich gar kein Ende. Wie sollen wir es nennen in diesem Let's Play? Das ist die große Frage. Die kann man mir beantworten. Schreibt es doch mal in die Kommentare. Damit ist auch das schon fertig. Und jetzt haben wir gerade keinen Platz mehr für sonstiges Material. Da ist aber eine Kiste. Das ist schon mal gut. Da muss ich jetzt nicht heimlatschen. Schmeißen wir mal das überflüssige Zeug rein. Alles, was wir gerade mal nicht brauchen. Wir heben uns zwei Stacks von dem guten Zeug auf. Obwohl Erde... Erde, ja. Erde könnte ich vielleicht doch noch gebrauchen. Kraviel brauchen wir aktuell nicht. Glas brauchen wir aktuell nicht. Wunderbar. Weiter im Text. Dann nehmen wir uns hier noch den Rest mit. Klavier und Streicher und hier wird es hell. Es wird hell. So, wenn unsere Klamotten kaputt sind, gehen wir nochmal heim. Bauen uns nochmal neue Werkzeuge. Und dann geht es hier weiter. Bis wir an die Kompassmine angedockt haben. Wobei das nicht ganz auf den Punkt Null gehen darf. Denn sonst landen wir schon inmitten der Mine. Und wir haben aber, wenn wir jetzt auf die Mine zulaufen, links von der Mine eine hübsche Station eingerichtet. Eine kleine U-Bahn-Station. Einen U-Bahn-Raum. Und den werden wir dann erst... Den werden wir ansteuern. Genau. Den werden wir erst ansteuern mit dem Minenkarren. Weil da werden dann schon mal die nötigsten Kisten hingestellt. Wo dann schon mal die ersten Materialien hin und her geschoben werden können. Da wird es dann wahrscheinlich auch mal ausprobiert mit Storage-Cards. Also sprich mit Cards, wo schon eine Kiste drin ist. Und dann versuchen wir das mal einfach nach Hause zu kutschen. Und mal gucken, was dabei passiert. Die Sonne! Auch ich habe in meiner Testumgebung mal rumgetestet. Mit diversen, äh... Programmen. Und diversen, äh... Aufhübschungssachen. Wie zum Beispiel Optifine und einem Shader. Ähm... Ja, es sieht tatsächlich hübsch aus. Kann man mit Sicherheit auch machen. Ich muss dazu sagen, fürs Let's Play ist es eher erstmal nix. Weil wir jetzt 15 Experiences haben. Für dieses Let's Play ist es erstmal nix. Da muss ich da noch ganz einfach zugeben. Dafür reicht meine Grafik-Power nicht. Da hat man schon den dicken Prozessor. Aber dann reicht die Grafik nicht. Das kommt vor. So was passiert. Damit müssen wir leben. Meine Musik ist aus. Nein, ist sie nicht. Ich dachte schon. Was wollte ich denn jetzt? Ich wollte... Ich wollte... Ich wollte, ich wollte, ich wollte. Ich wollte, ich wäre ein Hund-Doc-Doc-Doc-Doc-Doc-Doc-Doc. Ich wollte, ich wollte, ich wollte, ich wollte... und schmeißen den ganzen Kladderadatsch einfach mal hier so rein wir sind wieder voll ausgerüstet möge man uns weiter reiten lassen ich werde hier immer so nebenher von der Seite ein bisschen angegrinst hier neben mir sitzt meine bessere Hälfte und übt sich im in einem stummen Let's Play von einem kleinen Kartenspiel sitzt hier am Rechner und zockt Skippo smilet mich immer mal wieder an warum auch immer, wahrscheinlich bin ich wieder total lustig oder ich hab wieder irgendwas im Gesicht oder mir hängt was am Ohr und sie will es mir nicht verraten oder sie kommt mir wieder mit dem Spruch dass sie schon lange keine Blumen mehr gekriegt hat obwohl sie jetzt vor kurzem erst Blumen gekriegt hat, ja ich weiß ich bin ein Softie aber na gut sie sagt nix sie ist sehr wortkarg und hat Angst vor dem Mikrofon nein, äh das ist schon okay so ich mach das ja ich mach das ja wie Stefan Raab da weiß man auch nicht ob der eine Frau hat ob der einen Mann hat ob er Papa ist ob er nicht Papa ist man weiß es nicht hätte er jetzt selbst gesagt er gibt auch keine Interviews was das betrifft kann ich auch verstehen muss ja nicht sein wer so in der Öffentlichkeit steht und bei uns ist das dann auch fast schon wie äh bei dem älteren Ehepaar bei TV Total Ingrids Woche und Klaus nur dass meine mich nicht haut wobei Klaus kriegt ja immer auf die Ohren von der armen äh von der älteren Frau dort und sie will immer singen und kriegt das nicht hin naja man möge draus machen was man will man kann halten davon was man will ich persönlich halte davon nix dass die Frau versucht zu singen weil es einfach nicht klingt das ist auch der Grund warum ich nicht wirklich professionell singe weil es einfach nicht klingt deswegen ist meine Musik die ich produziere die ich auch mit dem TK mache zu 90% instrumental es ist eher selten dass wir uns mit Stimme beschäftigen weil erstens haben wir keine zumindest nicht die eigene und die die wir hatten die haben wir jetzt halt nicht mehr äh ja ist halt so Gott was für Themen wir heute wieder drauf haben wir haben schon die Currywurst vom Pappwirt behandelt und dann einen krassen Umschwung von Pappwirt behandelt und dann einen krassen Umschwung